Mein Name ist Kevin, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Bochum und arbeite als Verkäufer im Vertrieb. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, ich bin sehr empathisch und ich liebe es halt zu lachen, gute Stimmung zu verbreiten. Wenn mir jemand doof kommt, dann drehe ich gerne das Spielchen um und versuche mit Liebe denjenigen zu bekämpfen und zum Lachen zu bringen. Alles was mit Musik zu tun hat, dafür brenne ich, das ist meine Leidenschaft. Ich war früher auch Teil einer Hip-Hop-Gruppe. Momentan bin ich Single. Wenn mir eine Frau im Haus gefällt, dann kriegt sie ein oder zwei oder drei oder vier Sprüche mehr von mir zu hören und dann flirte ich auch offensiv mit ihr. Ich denke, dass ich mit meiner Ausstrahlung den Frauen den Kopf verdrehen werde. Let the show begin! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020